Wir spielen 2 gegen 2. So, diese Höhe, Hüfte ist frei, gehen wir. Super, Julep. Raus! Auf Wish bestellt Omlin. Langsam! Der ist wirklich Omlin auf Wish bestellt. Joel, du musst ins Tor. Wir spielen im Duell 2 gegen 2. Von 5 verschiedenen Spots werden wir Abschlüsse suchen und gucken, wer das bessere Team ist. Let's go! Der muss ja aus der Luft, also Flugball und Volley, oder? Alles klar. Jetzt Hannes Wolf hier. Ich filme erstmal Hannes Wolf, oder? Manu, trifft er? Wir müssen heute gewinnen. 5-0, Jule. Hannes! Yes! Hannes! Boden! Touch! Touch! Bravo Hannes! Cristiano Ronaldo! Gut so Hannes, zieh durch! Okay Hannes! Okay Hannes Wolf hier, linker Fuß. So ein Roller, so ein Chip. Der Chip geht rein. Und jetzt? Jetzt! Mit rechts. Uuuuhh! Ah! Ah! Das passt nicht! Tschüss drei! Drei! Okay! Ihr seid gut angefangen! Stark nachgelassen! Gut, Hannes, gut. Wer ist jetzt? Wir sind jetzt, oder? Okay. Top, Manö. Umlehnen, komm. Mach auf Docker, oder? Top. Top, Manö. Danke, Mannö. Feier. Well, natürlich. Pressure. Und die Pressure. Vier, drei. Manö hat vier, ja. Rechter Fuß? Ja, egal, Bruder. Geht's? Ja. Dieser Wind, ja. Ich muss rein, Bruder. Das springt gut, aber... Der ist super. Ich schwör. Neuhaus. Schlechter Ball. Der ist zählt nicht. Der muss ja aus der Luft, also Flugball und Volley. Ja, okay. Schau, wie nah geht der hin. Ja. Ja. Komm mit. Katze. Vorher geht's zu einem. Raus, komm raus. Komm raus. Langsam. Der ist wirklich online auf die Luft. Der ist wirklich online auf die Luft. Danke. Danke schön. Ich finde, wir haben unser Bestes gegeben, aber am Ende fragt man sich immer, woran hätte wir legen, weißt du. Alle wieder auf Position, danke. Ja. Ich komm hier hin, Bruder. Yes. Yes. Left, 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 left. Jetzt alle. Alle machen. Ja. Schnapp. Ja. Na, kein Pite. Ja. 4, 9, 3. 3. 3? 3. 3. 3. 3. 5. 2. 3. 4. 4. Okay, das wird nichts mehr. Okay. Mal rein glauben. Jetzt fisch mal einen raus da. Nein! Wichtig! Da! Ja! Ganz wichtig da! Was ne Katze, Alter! Was ne Katze! Was ne Katze! Weigl, komm jetzt, Brate! War natürlich nicht schlecht. Weiß das selber nicht, wie er war. Oh! Top, Top-Quality. Jetzt komm, Hannes. Schauen wir mal, ob es Neuhaus auch unter Druck kann, weißt? Florian Neuhaus muss fünf Stück machen. Jetzt hat sich wirklich Druck da. Wohin? Neuhaus. Martin, weil ich nur noch frisch bestellte. Eieieiei. Scheiße. Wobei, auf einmal hat er dann den vom Manu gehalten. Du weißt nie, vielleicht jetzt wächst er über sich hinaus. Du, 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 du! Ronaldo! Jetzt, der ist wichtig, der ist wichtig. Komm jetzt, dräng dich an. Einmal, einmal. Und? Grande. Und den auch! Nein. Was ist jetzt unentschieden? Und was ist jetzt? 1-Meter-Schießen jetzt? Ich weiß nicht. Da bräuchte man vielleicht einen anderen Torwart. Oder Latten schießen. Ja, komm. Also, man hat schon die Chance, nachzulegen. Aber es ist einfach K.O. jetzt. Wenn Hannes trifft und die nicht, dann ist es aus. Tut man nicht. Komm jetzt. Tipp ihn hin. Fertig. Danke. Komm, Mule. Ja! Fanden die jetzt alle nicht so schlecht. Jetzt fangen wir an. Schau mal an das. Mach ihn einfach hin jetzt. Du weißt, wie es geht. Nein. 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 Du weißt. So, jetzt habt ihr euer langes Video. Nein. Ja. Yes. Finito. Oh, brate, di moj, brate. Ja. 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 Ja.